Der Civic Tourer ist ein kompakter Kombi mit ca. 4,5 Meter Länge. Auffallend ist die nach hinten stark abfallende Scheibenlinie, die ein wenig an ein viertüriges Coupé erinnert. Ich bin mit dem Civic Tourer von Deutschland aus über die Schweiz nach Italien und zurückgefahren und habe knapp 3000 km zurückgelegt. Die Kilometerstände und die Nachtankmengen habe ich dokumentiert. Die tatsächlichen Verbrauchswerte an Diesel lagen zwischen 4,93 und 5,72. Also sehr sehr respektable Werte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jesus Christkinteis Untertitelung des ZDF, 2020